Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Back to the Base, dem Training von und mit Cancuner Fit. Heute morgen, kurz vor Pilates auf der Domwiese, sind wir auf der Domwiese und ich wünsche dir viel Spaß. Ich weiß nicht, ob es heute sieben Minuten werden wird, denn heute mache ich sieben Basisübungen von Pilates und ich werde immer 21 wiederholen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Mitmachen. Du begibst dich in die Rückenlage, schiebst die Hände Richtung Füße, nimmst beide Knie zur Brust und streckst dann die Beine lang nach oben. Du hebst Kopf-Oberkörper leicht an, hebst deine Arme an und beginnst zu pumpen. Und wenn du Probleme hast, die Beine da oben zu halten, darfst du die Beine auch gerne beugen. Und wenn du schon etwas fortgeschrittener bist, darfst du gerne die Beine schräg nach vorne strecken. Ja, das ist es dann. Und wenn du mit ihnen angle, dreierst du gerne auf dich, los zu halten, darfst du gerne bewegen. Und wenn du gerne auf dich, die Beine ausm Vasikovicke kommst zu helfen. Und wenn du gerne auf dich, das ist dann noch etwas glücklich zu hilfst. Und wo du gerne auf dich, daséststone, darfst du gerne auf dich. Und wenn du gerne auf dich, dann hier schrezigst du gerne auf dich. Und du gerne auf dich, dann gehst du gerne auf dich. Und wenn du gerne an die Beine auf dich, dann nimmst. Dann wird erstmalig, was ich vergleichbar bitte mit. 環lein. Im Regalärorn hier auf dich. Und halt. Von hier nimmst du dann dein linkes Knie zur Brust, nimmst beide Hände an dein linkes Knie, streckst das rechte Bein lang nach vorne auf 45 Grad aus. Zieh das linke Knie zweimal ran, geh in den Wechsel und zieh dann dein rechtes Knie zweimal ran. Links ran, rechts ran. Halte deinen Oberkörper ruhig. Und ein letztes Mal und halte die Position. Und dann dein rechtes Knie ran, leg den Oberkörper ab. Stell deine Füße auf, streck die Beine lang, schieb die Hände wieder Richtung Füßen und beginne mit dem Roll-up. Du hebst den Kopf, die Schultern, die Schulterblätter und du kommst langsam und kontrolliert nach oben. Rundest ein und langsam und kontrolliert wieder ab. Kopf, Schultern, Schulterblätter und nach oben. Runde ein, beginne in der Lendenwirbelsäule und roll langsam wieder ab. Wenn du noch nicht so weit kommst, kannst du trotzdem kontrolliert Kopf, Schultern und Schulterblätter heben und langsam wieder ab. Rundest ein, beginne in die Lendenwirbelsäule und nach oben. Rundest ein, beginne in der Lendenwirbel. Rundest ein, wenn du noch nicht so weit kommst, bist du trotzdem, kannst du einfach mal ab. Und ein letztes Mal. Wege ab, nimm dein rechtes Knie zur Brust, das linke Knie voll, nimm beide Hände an deine Knie, hebst Kopf, Oberkörper wieder leicht an und mit dem Einatmen streckst du die Arme lang nach hinten, die Beine lang nach vorne und mit dem Ausatmen über die Seite zurück. Lang strecken und zu. 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 Letztes Mal. Senke den Oberkörper, stell die Füße wieder auf, schieb die Beine lang nach vorne. Gibst den Kopf, die Schultern, die Schulterblätter und kommst nach oben in den Sitz, gerne auch über die Seite. Öffne deine Beine hüftbreit, die Füße, flex, richte den Oberkörper auf, heb die Arme auf Schulterhöhe nach vorne an. Du atmest ein und mit der Ausatmung schiebst du die Hände, die Schultern, den Kopf nach vorne und den Bauch nach innen. Gehe in die C-Kurve und einatmen, wieder aufrichten, senke die Schulterblätter aus. Gehe in die Schulterblätter aus. Gehe in die Schulterblätter aus. Und ein letztes Mal. Senke die Arme nach unten, schließe deine Beine, Füße point, rundest wieder ein, gehst langsam rund zurück nach unten. Stellst deinen rechten Fuß auf, hebst dein linkes Bein lang nach oben. Du nimmst beide Hände irgendwo an dein linkes Bein, wo du gut hinkommst, egal wo das ist. Schreckst dein rechtes Bein lang auf 45 Grad aus, hebst Kopf, Oberkörper, ziehst dein linkes Bein zweimal ran und wechselst. Und rechts. Noch vier. Und letztes Mal. Beide Beine lang nach oben, nimm die Hände. Ich nehme heute nur eine Hand an den Nacken. An den Nacken, Beine schön lang gezogen, Oberkörper noch angehoben. Einatmen, senke die Beine so weit du kannst, nach unten und aus, wieder nach oben. Auf S Shelter zu verlegen. Auf S sie Marcel. Auf S seten. Ab5. Noch vier. Und letztes Mal. Senke die Beine nach unten, nimm die Arme zurück an den Körper, rolle langsam wieder nach oben auf. Winkel die Beine an, du kommst nach vorne, ganz nah an deine Füße. Nimmst die Hände an die Knie, gehst aufrecht, runde dann ein, Kinn Richtung Brust. Auf die Zehenspitzen, verlagere dein Gewicht nach hinten und rolle dann zurück und wieder nach oben aufrecht. Einrunden, rollen und nach oben. Noch zwei. Und du hast es auch für heute geschafft. 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 Und du hast es auch für heute geschafft.